bei mir hat sich das neue nameless media book verirrt das im explosiv vertrieb von medienversand.at hatte schon lang kein nameless media book mehr auf dem tisch dann sehen wir uns das mal gemeinsam an nach dem intro willkommen zu einem neuen video hier bei mir vom kanal bei mir auf dem tisch the dead center von nameless media im vertrieb von medienversand.at in dem film geht es um einen notfallpsychiater der einen neuen patient bekommt der behauptet er sei schon verstorben und hätte was aus dem jenseits mitgebracht und dieser besagte arzt der zweifelt so langsam an seinem verstand ja hört sich sehr interessant an so eine mischung aus die autopsie der jane doe und it follows sein mal gucken was der film so kann hier seht ihr jetzt cover b limitiert auf 333 stück hier seht ihr cover a ebenfalls limitiert auf 333 stück ist auch ein kinoplakat wie dieses hier und dann habt ihr hier noch cover c ebenso limitiert auf 333 stück und das ist das typische nameless retro cover dann lasst uns das gute ding mal aufpacken bei nameless weiß man ja was man bekommt an qualität folie wird auch immer dicker hier ein sticker mit der hinweis dass demnächst violation im exklusiven media book erscheint mal gucken so dann lasst uns mal das cover hier begutachten ist auch sehr mystisch hat mir am besten gefallen von den ganzen cover kann hier auch erkennen die spotlack veredelung die risse hier sehr schön aber sonst sehr schlicht gehalten minimalistisch ja kann man so machen gezeichnet das cover hätte mir natürlich besser gefallen hier haben wir das bein die medien logos hier der filmtitel und hier unten das nameless logo die rückseite auch hier hier oben noch eine tagline geht genauso unter die haut wie it follows und the autopsy of jane doe hier haben wir ein paar scene shots mit so akten mäßig angeordnet so mit so heft klammern festgemacht hier haben wir die hinweise auf diversen festivals vorgelaufen ist hier die inhaltsangabe hier sind auch noch ein paar pressestimmen die aber verdeckt worden sind von den bildern hier haben wir die credits die limitierungsnummer die technischen spezifikationen ja das war's und jetzt ist immer so bei nameless media books da freut man sich die aufzumachen um zu gucken wie sie es in gestaltet haben auch hier wieder ein durchgängiges artwork von links nach rechts von hinter dem tray aufs booklet hier haben wir die blu-ray disk und hier haben wir auch einen sehr scharfen imprint mit einem patient denke ich ja patient hat so ein flügelhemd an dann blättern wir mal rein das böse kommt aus dem jenseits es hört sich schon nach macht er wollte ein bisschen an er wollte auch richtig geiler film auch mit so lovecraft mäßigen anspielungen oder der text ist es sehr sehr ja das sind zwei seiten sind geklebt hier ist begann mit der suicide tapes wahrscheinlich auf dem risiko ein denke ich hier wieder sehr schöne weiche dicke seiten an atmosphärische studie menschlicher ängste ja mal gucken das wird wahrscheinlich voll der psychoschüler sein bin da schon sehr gespannt drauf jeremy charles das schlechter schauspieler hier gibt man wieder auf die schauspieler ein exklusiv interview mit dem regisseur hier auch die bilder sind sehr könnte schärfer sein ist aber sehr gut scharf ja das bugle design ja hat nämlich schon besser gemacht muss man sagen aber das ist meckern auf sehr sehr hohem niveau ich nehme an weil hier die auf die einzelnen schauspieler eingegangen wird dass hier der text von wolfgang brunner verfasst worden ist ja ja interview geführt wird wolfgang brunner text wolfgang brunner dieses bild ist ein bisschen ja bisschen pixellig aber es geht es geht so und jetzt guck mal den nächsten hier an aber dieses bild ist jetzt wieder scharf hier haben wir die dvd und hier ein schickes schicken in print und hier haben wir noch mal beide discs zum vergleich was man muss sagen schickes media book ich freue mich schon auf den film nehmen wir an da kommt auch demnächst und in paar monaten die emery raus arbeitsqualität ja muss man ja nichts nichts mehr dazu sagen bei nameless passt immer alles so ich hoffe euch hat das unboxing gefallen bleibt gesund dann wünsche ich euch noch einen einen restlichen schönen tag gerne filme guckt viele filme ciao ciao